Darf ich Sie mal was fragen? Wo sind die Haare bei dir? Was für eine Partei wählen Sie das? Tolle Frage! Gegenfrage! Man trifft immer wieder die gleichen Leute. Erst letztes Jahr, gell? So klein ist die Wiesn. So klein ist die Wiesn. Können Sie mir... Frag ihn noch mal! Mit wem telefonieren Sie eigentlich gerade? Mit meinem Ex-Mann. Ach! Ihr wollt doch die Wahl fragen! Und? Sehen Sie? Sehen Sie? Er sagt's nicht! Sogar am Telefon wird das Wahlgeheimnis eingehalten. Das ist es! Jetzt haben wir's! Und ich sag Ihnen was! Wenn dann die Umfrageergebnisse ausgegeben werden, dann sagen Sie, wir können leider nicht durchgeben, weil es ein Wahlgeheimnis gibt. Das wird für immer ein Geheimnis bleiben. Es bleibt... Das ist schön!